Hey Leute, ich bin's, MacBavarek. In dieser Anleitung zeige ich euch einmal, wie ihr einen Beitrag von jemand anderem in eure Instagram-Story teilen könnt. Hier seht ihr einen Beitrag von TheHandyMan. Ihr habt einmal hier unten das Flugzeug, dieses Papierflugzeug oder auch hier habt ihr das. Wenn ihr den Beitrag anschaut, einfach auf dieses Flugzeug eben tippen, dann real in deiner Story posten. Jetzt wird das Ganze geladen. Jetzt könnt ihr es nochmal ansehen und jetzt geht ihr einfach auf diesen Pfeil und jetzt ist es hier ja bei deiner Story schon markiert. Ihr geht also einfach auf Teilen und jetzt auf Fertig und schon ist das Ganze bei euch in der Story gepostet. Ich hoffe, die Anleitung war hilfreich. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacBavarek.